Stefan, nur weil die Flippers seit 40 Jahren zur Leila im Puff waren, bekomme ich von eurem Spiel kein Ohrwurm, sondern Augenkrebs. Ja und die Bayern verpflichten jetzt einen Neunjährigen, wobei der Zwölfjährige ja viel besser schmeckt. Also Rum. Seit Generationenwechsel. Neunjährige kommen, dafür weg mit der Oma. Also hier, Oma Richards, der geht jetzt zu Nottingham Forest. Würde ich auch machen. Lieber im Wald spielen, als im Wald stehen. Generationenwechsel bei den Bayern, da frage ich mich ganz ehrlich, was wollen die noch mit dem Lewandowski? Der macht noch zwei Jahre, das riecht doch schon nach USA und LA Galaxy. Aber der Hoeneß, der... Das Problem ist, der Berater vom Lewandowski ist derselbe wie vom Alaba. Und da hat der Hoeneß damals gesagt, dem ist ein geldgieriger Piranha. Der Hoeneß wirkt mittlerweile wie der weiße Hai, der abends die Dritten ins Glas legt. Bitte keine Nüsse mehr beißen. Stefan! Du bist ja so langsam heute, stecke ich dir bei uns im Sechzehner Blumensamen in die Hosentasche. Da kannst du vorne beim Gegner im Fünfer einen Blumenstrauß rausziehen. Ja, dem Alter. Muss ich immer ausnutzen. Hier, unser Vorstandsvorsitzender, als der mich damals geholt hat. Der war der 83 Jahre alt. Das war vor 27 Jahren. Beim entscheidenden Vorstellungsgespräch fragt er mich, warum sollen wir sie denn als Trainer verpflichten? Da habe ich gesagt, pass mal auf, drehen wir die Kacke doch mal um. Warum hat denn mein Vorgänger hingeschmissen? Ich bin immer noch hier. Hermann! Wenn wir gleich fertig sind, dann machen wir schön Bauch und Nacken. Tu die Grenzahne weg! Ja, Freitag geht die zweite Liga endlich wieder los. Kaiser ist laut dann gegen Hannover. Die Hannover-Fans sind heute schon mit dem 9-Euro-Ticket losgefahren, damit die pünktlich am Freitag um 20.30 Uhr auf dem Betzenberg sind. Der HSV startet, wie immer, in die zweite Liga mit dem Motto Diesmal schaffen wir es. Ich sage mal so, wenn du viermal durch die Führerscheinprüfung gefallen bist, immer mit dem gleichen Fehler, kriegst du das Auto nicht an. Dann stellt dich die Fahrschule am Ende ein, als lebendigen Idiotentest. Seit Jahren fährt der HSV im Aufstiegsrennen durch schwieriges Terrain mit einem tiefer gelegten Geländewagen. So bleibst du halt immer hängen. Schuld ist aber immer nur der Untergrund, nie das Auto. Aber jetzt wird ja alles besser. Die Stadt Hamburg hat dem HSV Millionen von Euro geliehen zur Sanierung des Volksparkstadions für die EM 2024. Rat mal, wo das Geld ist. Weg. Was eine Riesenüberraschung, wenn ich gar nicht mit. Männer, ihr spielt heute so kacke. Eure Highlights im Spiel markiere ich im Spielbericht nachher mit einem grauen Textmarker. Patrick, hörst du mal auf mit der Experimente? Nicht so heute Morgen, ne? Hast du zwei Eier genommen, aufgeschlagen, in den Toastag reinlaufen lassen, nach dem Motto, oh, wir gucken mal, was passiert. Ja, und die FIFA macht jetzt die WM in Katar doch noch attraktiv. Die wollen mit Kameras aus den Kabinen rausfilmen. Boah, was wird das spannend, ne? Wenn du so 30 Typen freier Oberkörper, Handtuch über Lände, ne? Dann sitzen sie da mit dem Smartphone. Boah, jetzt schalte ich auf jeden Fall ein. Die saufen ja auch alle nix, ne? Wenn du so zwei, drei Kisten Pilze in der Kabine hast, dann kann so eine Unten-ohne-Party in der Dusche auch mal zum Schwerterkampf eskalieren. Die FIFA ist mit dieser ganzen Kiste, ja, wobei, gibt ja gar keinen Pilz. Bier haben sie sich jetzt noch überlegt, in so abgesperrten Bereichen von 16 bis 22 Uhr. Geil, jetzt stehst du in so eine... Bin ich ja bei uns seit Jahren dafür auf Bahnhöfen, ne? Neben dem Raucherbereich machst du auch so ein Viereck, ne? Für die Trinker. Ja, das wird die nachhaltigste WM aller Zeiten, ne? Klar, ich freue mich schon, wenn wir uns im Winter hier so richtig kaputt frieren, ne? Kein Gas mehr, kein nix. Aber in Katar werden die Stadien bei 42 Grad Außentemperatur runtergekühlt mit Klimaanlagen, dass die Jungs da boffen können. Insgesamt bleibt für mich nur ein Fazit. Wie kann man eigentlich so unendlich viel Kohle wie die FIFA haben und doch so unfassbar arm sein? Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat seit gestern einen neuen WG-Mitbewohner, eine Handcreme, weil die es schnell einziehen. Entschuldigung. Jetzt? Läuft, die kann ich jetzt auf Aufnahmen gedrückt kommen. Da kann so eine Unten-Ohne-Party in der Dusche auch mal zum Schwerterkampf eskalieren. Jetzt muss ich noch mal nachgucken. In Katar, bei 42 Grad Außentemperatur, die Stadien runtergekühlt werden. Da Mutti. Da Mutti. Da Mutti. Wegen der Mutti auch. Da bleibt mir echt nur noch ein Fazit bei der FIFA. Wenn du so viel Kohle hast, wie die FIFA, genau, das Fazit müssen wir auch noch mal machen. da muss ich noch mal machen.